Guten Abend, liebe Zuschauer. 22.14 Uhr haben wir es heute Abend live und in Farbe am Donnerstag. Herzlich willkommen zu diesem Programm. Nicht nur die Bundestagsabgeordneten suchen noch die richtigen Plätze im Plenarsaal. Auch die Parteien suchen ihren Platz in der politischen Landschaft. Rechtsruck, Linksruck oder doch Dränkeln in der Mitte, wo man die meisten Wähler vermutet. Und was erwartet diese Mitte von den Regierenden? Sicherheit und Ordnung oder Geborgenheit? Das Wort Heimat hat bei Schwarzen und Grünen plötzlich wieder Konjunktur. Oder erwartet die Mitte gerechtere Steuern und mehr soziale Absicherung? Wohlstand, Werte, Wechsel. Wofür soll Jamaika stehen? Das fragen wir uns und diese Gäste. Ole von Beust von der CDU. Der ehemalige Hamburger Regierungschef sagt, Es ist unklug, sich nach rechts zu bewegen. Damit gewinnt man keine neuen Wähler. Markus Söder, Bayerns Finanzminister, erwidert, die CSU wird ein klares konservatives Profil in diese Koalition hineinbringen. Ursula Münch, die Politikwissenschaftlerin, stellt fest, die CSU ist besorgt, weil sich die CDU verändert hat. Simone Peter, die Grünen-Vorsitzende, sagt, Der Union muss klar sein, mit uns gibt es keinen Rechtsruck. Alexander Graf Lambsdorff, für den FDP-Politiker ist klar, Wir schauen nach vorn. Unsere Position ist die vernünftige Mitte. Und Bettina Schausten, die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, sagt, Noch ist unklar, ob Jamaika tatsächlich kommt. Aber Neuwahlen wollen alle vermeiden. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und Sie begrüßen Sie sehr herzlich nochmal in dieser Runde, liebe Zuschauer. Tja, morgen wird dann in ganz großer Runde sondiert. Die Jamaika-Parteien suchen nach Positionen, ihren Positionen, in diesem großen politischen Koordinatensystem. Und vor allem in der Mitte ist es bedenklich voll. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Bei Schröder war es noch die neue Mitte. Bei Merkel schon nicht mehr so neu. Doch wer ist in der Mitte und wo ist die überhaupt? Nur eins ist klar. Mit Jamaika droht der Mitte endgültig die Überfüllung. Wir müssen deutlich machen, dass wir die Partei der Mitte sind. Diese Koalition wird eine der vielfältigen Mitte sein. Die Grünen wollen darin die Stimme der Linken, veränderungsoffenen Mitte werden. Union, SPD und Grüne hatten die vernünftige Mitte preisgegeben. Diesen Platz wollen wir jetzt wieder besetzen. Interessante Frage. Erste Frage geht an Ole von Beust. Dem ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust. Hat Angela Merkel die vernünftige Mitte preisgegeben? Welche Leerstellen hat sie gelassen? Nein, hat sie nicht preisgegeben, sondern sie hat ein ausgewogenes Verhältnis präsentiert von dem, was die Menschen auch von der Politik in diesen Zeiten, in die sie reagiert, erwartet hat. Das ist manchen zu links gewesen, das weiß ich. Auf der anderen Seite erwarten gerade die Deutschen von der Politik, dass sie ein hohes Maß an Sicherheit geben, an Geborgenheit geben, auch staatliche Leistungen, staatliche Einflüsse durchaus in den Vordergrund stellen. Und diesen Wunsch, den die große Mehrheit der Bevölkerung hat, hat sie zum Teil erfüllt. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Wunsch der Bevölkerung gewesen, aber keine linke Politik. Und sie hat damit auch nicht die Mitte preisgegeben. Keine Leerstellen gelassen? Ja, jeder lässt irgendwo Leerstellen. Wenn Sie so wissen, Sie sind und gewisse Meinungen, Überzeugungen haben und die vertreten, dann sind andere frustriert, die andere Meinungen haben und finden das als Leerstellen. Aber Sie müssen ja auch für irgendwas stehen. Wenn Sie für nichts stehen, dann tun Sie allen Gefallen. Das geht nicht. Aber wenn Sie für irgendwas stehen, hinterlassen Sie auch immer irgendeine Leerstelle. Das Geheimnis der Union ist es früher mal sehr stark gewesen, dass diese unterschiedlichen Stellen von unterschiedlichen Charakterkopfen präsentiert wurden. Und wer sich mehr rechts fühlte, der fand Franz-Ruzef Strauß gut. Und wer sich liberal fühlte, fand Rita Süssmuth gut. Und für jeden war irgendwas da, eine persönliche Bezugsperson. Die kann Frau Merkel gar nicht alleine alle abdecken, aber die fehlen jetzt ein wenig. Die fehlen ein wenig. Frage an Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Ihr Parteichef, wir haben ihn gerade zitiert. Fühlt und sagt, die vernünftige Mitte ist preisgegeben worden durch Angela Merkel. Hat sie also eine unvernünftige Politik gemacht? Naja, einmal ganz sicher. Und das war natürlich die Flüchtlingspolitik 2015. Das war erst eine Realitätsverweigerung über viele, viele Jahre seitens der Union. Deutschland war schon früher ein Einwanderungsland. Aber das Ganze mit einem Gesetz ordentlich zu regeln, das gelang nicht mit der Union. Und dann kam völlig unvermittelt für die Bevölkerung, für den Deutschen Bundestag, für die europäischen Partner, diese Entscheidung relativ schnell über Nacht, die Grenzen aufzumachen. Und das war eine Situation, ja, da hatten die Menschen schon das Gefühl, dass eine Position der Mitte, das wäre was anderes gewesen. Also darauf bezieht sich auch ganz konkret Christian Lindner mit diesem Zitat. Und nicht mehr, sondern es war ausschließlich die Flüchtlingspolitik? Das bezieht sich ganz konkret, ich finde ganz interessant, was Herr von Beuys gerade gesagt hat. Weil es stimmt, ich bin noch aufgewachsen mit einer CDU, die wirklich ein glaubwürdiges, konservatives Angebot auch hatte. Mit Alfred Dregger beispielsweise. Nicht meine Politik, überhaupt nicht. Aber da fühlte man sich, ihre auch nicht, ich weiß. Aber es ist schon ein bisschen so, dass deutlich dadurch, dass die CDU so weit nach links gerückt ist, wir natürlich auch einen neuen Spieler leider jetzt haben in Deutschland, weil Menschen, die wirklich konservativ sind, wie gesagt, nicht meine Linie, aber die brauchen irgendwas zum Andocken. Und früher war das die CDU und das ist nicht mehr der Fall. Nach links gerückt heißt, Angela Merkel ist auch in ihren Augen eine bessere Sozialdemokratin? Ja, das ist ja, das haben wir nun sehr oft gesagt, in der Union gibt es ja bestimmte Tendenzen, die sind von der Politik der Sozialdemokratie kaum zu unterscheiden. Also das ist das, glaube ich, was auch, wenn man in der Sozialpolitik sehen kann, in der Arbeitsmarktpolitik ist ja bemerkenswert, dass die SPD in der Großen Koalition praktisch alle ihre Ziele durchbekommen hat. Frauenquote, Mindestlohn, Mietpreisbremse. Sie ist dafür nicht belohnt worden an der Wahlurne, aber die CDU hat das alles mitgemacht. Simone Peter sitzt rechts neben Ihnen, eine der zwei Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Linken. Frau Peter, jetzt sagen die Grünen, Sie wollen eine ausgesprochene Link-Politik von der Mitte machen. Haben Sie das schon mit den Herren Kretschmann und Palmer besprochen? Also zunächst mal bezeichnen wir uns als Partei der Linken Mitte, was heißt, dass wir uns links verorten, aber die gesamte Gesellschaft mitnehmen wollen und müssen. Und ich glaube, das hat das Wahlergebnis gezeigt, wenn die Parteien, die früher alle Schichten gebunden haben oder auch alle Wählerinnen und Wähler, jetzt auseinander driften. Es gab ja eine sehr interessante Studie über den Zerfall der Mitte. Und jetzt die Rechtspopulisten Zulauf bekommen, dann müssen wir uns genau überlegen, wie kriegen wir eine Stabilisierung hin? Ich glaube, dass das durch eine Politik des Zusammenhalts passiert. Und das würde ich gerne unabhängig von der Zuordnung Mitte, Rechts oder Links diskutieren. Es muss darum gehen, dass wir verhindern, dass die AfD stärker wird, dass unser Land gespalten wird. Und deswegen setze ich auf den Zusammenhalt. Und der ist über das linke Spektrum bis zur Mitte ausreichend beziehungsweise muss dort gestaltet sein. Und ich hoffe, dass wir nicht weiter nach rechts rücken und nicht das wiederholen, was sich gerade in Österreich abgezeichnet hat. Und damit kommt Markus Söder ins Spiel, Finanzminister in Bayern, im Freistaat Bayern. Markus Söder, in einem Strategiepapier der CSU heißt es, wenn bis auf die CSU alle etablierten Parteien links der Mitte wahrgenommen werden, dann ist das ein Problem. Die CSU also allein und umzingelt von Linken. Leidet Ihre Partei unter Verfolgungswahn? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich fand ja das Ganze im Eingang spannend, wie Sie die einzelnen Zitate gemacht haben. Wenn das der Zuschauer so sieht, dann kommt er schon ein bisschen ins Schmunzeln, wer wie die Mitte scheinbar interpretiert und sich krampfhaft an den Begriff klammern will. Also zum ersten Mal ist das schon eine sehr theoretische Diskussion. Weil wenn jetzt die FDP und die Grünen beide sagen, sie seien irgendwie Mitte, waren sie zumindest vor der Wahl in ihren Programmen doch ziemlich weit auseinander in verschiedenen Fragen der Steuerpolitik. Ich glaube, es kommt auf Folgendes an. Zum einen einmal braucht es immer Alternativen in der Politik. Also wenn Sie alle sagen, das ist alternativlos und wir sind alle das Gleiche, dann suchen sich die Menschen ihre eigene Alternative. Und dummerweise haben sogar einige sich eine Alternative für Deutschland dann gewählt. Also glaube ich, braucht es klare Konturen, glaubwürdige Konturen, die man nicht einfach verwischt, sondern die man offen ausspricht und diskutiert. Und da ist es auch wichtig, dass rechts von der Mitte im demokratischen Spektrum auch klar ist, dass es Parteien gibt, die einen Standpunkt haben. Das sind zum Beispiel wir, die das gesagt haben. Dies definiert sich aber nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch an zwei Themen. Natürlich an der Frage der Zuwanderung und den Folgen damit verbunden. dem Sicherheitsgefühl der Menschen, der Frage, wie geht es weiter mit meiner eigenen kulturellen Identität und ganz stark auch der sozialen Frage. Also viele Menschen in unserem Land haben einfach hinterfragt, wie geht es eigentlich, dass wir in so kürzer Zeit so viel Geld mobilisieren können für Menschen, die neu ins Land kommen. Und wie schwierig ist es umgekehrt, für scheinbar langjährige Lebenssachverhalte in der Rente und Pflege auch nur minimale Beträge einzustellen. Deswegen für mich ganz klar, man braucht Konzepte, man muss glaubwürdig die vertreten. Und ich sage auch ganz ehrlich, in einer solchen Jamaika-Koalition, dessen Name mich schon ein bisschen unsicher macht, weil er nicht ganz zu Deutschland passt, aber würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns ein Wahlergebnis annehmen. Und das heißt, wir dürfen nicht nur ein Projekt der Eliten werden, sondern wir müssen auch Politik für die normalen Leute in Deutschland machen. So, und es ist hervorragend, dass wir eine geschätzte Journalistin und noch eine des Hauses hier bei uns in der Runde haben, Bettina Schausen, nämlich Leiterin des Hauptstadtstudios. Sie werden jetzt diese Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen natürlich verfolgen. Es rumort, wie wir gerade gesehen haben, in der Union zwischen CDU und CSU, auch zwischen den Flügeln der Grünen. Ich glaube, nur bei der FDP rumort es nicht. Was heißt das, Bettina Schausen, in Ihrer Wahrnehmung jetzt für diese Verhandlungen? Naja, wenn Sie auf die Union ansprechen, dann macht das natürlich nicht unbedingt stärker. Wir haben jetzt mühsam nach der Bundestagswahl einen Kompromiss geschlossen mit einer, nennen wir es mal, Obergrenzeleit, obwohl das Wort ja dann so nicht mehr fallen soll. Aber das löst natürlich die Probleme nicht. Und dann kam nun kurz dahinterher Niedersachsen, Österreich. Und man hat gesehen, da schwelte genau dieser Streit um den richtigen Kurs weiter. Und da sind die Pole natürlich, die CSU auf der einen Seite mit einer offenen rechten Flanke, wie Horst Seehofer gesagt haben, und einem zu empfehlenden Rechtsruck. Und dann sind da einige CDU-Ministerpräsidenten, zum Beispiel der junge Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der darauf hinweist, dass überall da, wo man keinen Rechtsruck vorgenommen hat, da, wo man Merkel-Kurs gefahren ist, die Bundestagswahl in den Landesverbänden weniger Verluste gebracht hat für die CDU. Also das sind die beiden Pole. Und es wird nach meinem Eindruck nicht ausdiskutiert. Ausdiskutiert. Man hat noch am Abend oder am nächsten Tag, wurde versprochen, wir werden in die Analyse gehen. Da stand sogar mal ein Datum im Raum. Aber das Datum spielte jetzt keine Rolle mehr. Jetzt wurde verwiesen auf einen Bundesvorstand, auf eine Klausurtagung, Mitte November möglicherweise, die aber eigentlich dann über Koalitionsverhandlungen entscheiden soll. Also ich glaube, das schwelt, das stärkt natürlich nicht gerade. Und dazu kommen zwei Parteivorsitzende, die natürlich dadurch durch diese Entwicklungen auch nicht gerade gestärkt sind. Und damit sind wir bei Professor Ursula Münch. Sie leitet als Politikwissenschaftlerin die Akademie in Tutzing. Und sie vermisst hervorragend die politische Landschaft, über die wir hier gerade sprechen. Frau Professor Münch, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wenn immer von dem politischen Koordinatensystem die Rede ist, was heißt dann links oder rechts? Können Sie uns das erklären? Was bedeutet das? Na, links und rechts hat natürlich einerseits was mit der Verortung selbst der Parteien zu tun, die sich selbst verorten. Mehr Staat, weniger Staat, mehr Zuwanderung, weniger Zuwanderung, mehr Globalisierung, weniger Globalisierung. Und links und rechts hat natürlich auch was damit zu tun, wie die Leute die Parteien wahrnehmen. Also das muss man nicht unbedingt übereinstimmen. Als Wähler hat man unter Umständen eine andere Wahrnehmung von der Partei, als die Partei sie hat. Möglichst sollte es zusammenpassen. Und in Deutschland ist jetzt die Frage, sind wir insgesamt, ist Deutschland insgesamt nach rechts gerückt in ihrer Wahrnehmung? Und was wäre dann eine kluge politische Antwort darauf? Also insgesamt gerutscht nach rechts würde ich so nicht feststellen. Ich würde eher feststellen, dass den Leuten ein Teil fehlt im Parteien-Spektrum. Es ist im Grunde eine Position, die tatsächlich eher freigemacht worden ist. Das ist die Position, die die CDU früher innegehabt hat. Auch die CSU mag vielleicht sich ganz leicht nach links bewegt haben, nicht allzu sehr. Aber vor allem die CDU hat sich bewegt. Vor allem unter der Kanzlerin und Parteivorsitzenden Angela Merkel hat sie sich tatsächlich nach links bewegt. Und das ist nicht nur die Flüchtlingspolitik. Das ist vor allem natürlich auch die Energiepolitik. Das sind verschiedene Aspekte. Und man kann wahrnehmen, dass die Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler die ist, dass dieser Linksrutsch leicht stattgefunden hat. Und da ist was frei geworden. Da ist eine Position frei geworden, die versucht wird jetzt natürlich zu besetzen. Und wir alle wissen, wer sie besetzt. So, und dann ist die nächste Frage, ob sich nicht eigentlich die SPD immer als die Partei der linken Mitte verstanden hat. Und ob da mittlerweile die Grünen hineingerutscht sind und die CDU hineingerutscht ist und sich ordentlich breit macht. Die SPD hat natürlich das Problem, dass sie im Grunde links von sich selbst einerseits die Grünen hat, dann die Linkspartei, die Linke hat. Beides Parteien, die ausgerechnet während einer Regierungszeit von den Sozialdemokraten dann ja auch groß wurden. Also das ist für die SPD ein ganz großes Problem. Und dann kommt da auf der anderen Seite eine CDU, die sich ein bisschen zumindest sozialdemokratisiert hat. Zumindest mit der Kanzlerin. Das ist also auch für die SPD ein Problem. Wir sehen also, es ist schwierig für die Parteien und für die Wähler vor allem wahrzunehmen, diesen Parteienwettbewerb. Und man hat ja jetzt auch bei den Wahlen in Niedersachsen gesehen, dort, wo der Parteienwettbewerb stärker funktioniert. Da tun sich die Leute vielleicht auch mit der Verortung noch leichter, die Wähler. Nicht wenige, zum Beispiel die Journalisten vom Spiegel, vermuten jetzt, dass die Bundeskanzlerin innenpolitisch noch mehr nach links rücken wird und eine sozialere Politik machen wird. Glauben Sie das auch? Und wie könnte die aussehen? Ich schätze mal, dass alle Parteien versuchen werden, zumindest diese Frage, soziale Sicherungssysteme stärker zu besetzen, als wir das während des Wahlkampfes hatten. Also wenn man Wahlarienen erlebt hat, wo man den Eindruck hat, dass das spitzenpolitische Personal zum ersten Mal hört, dass es Menschen gibt, die sich Zukunft Sorgen um ihre Rente machen und Sorge darum machen, wer die Eltern pflegt, dann denkt man sich, da hat was nicht gestimmt. Also insofern werden alle Parteien, und das ist ja vielleicht auch wieder ein einigendes Band, schauen, wie können wir einerseits soziale Sicherungssysteme stärken und gleichzeitig dem demografischen Wandel gerecht werden. Also das Geld truppen kann niemand, nicht mal der Herr Söder. Ich meine, das stimmt, werden wir ihn gleich nochmal fragen. Die CSU hat nun angekündigt, die rechte Flanke schließen zu wollen, Frau Professor Münch. Was kann das bedeuten? Was soll es heißen? Die rechte Flanke hört sich so ein bisschen nach einem Kampfbegriff an. Im Grunde ist ja damit gemeint, das zu füllen und zwar selbst zu füllen, was eben, was ich vorhin geschildert habe, diese Lücke, die da ein bisschen entstanden ist, diese Position rechts von der Mitte, wo eben die AfD sich reingesetzt hat. Die Union, ich meine, die Union heißt ja nicht aus Zufall Union. Die Union heißt deshalb Union, weil es tatsächlich ein größeres Becken ist. Da sind Positionen, die Mitte Positionen, die rechts von der Mitte Positionen sind und die haben einem in der letzten Zeit auch durchaus gefehlt. Und es wäre unter Umständen sinnvoll, sich da wieder stärker hinein zu bewegen. Klasse, dass Sie heute bei uns sind. Sie kommen einfach mit in die Runde, Frau Professor Münch. Die nächste Frage an Ole von Beust. Befürchten Sie, Herr von Beust, einen Rechtsruck der Schwesterpartei? Das ist so müßlich, links und rechts. Nein, das tue ich nicht. Ich will Ihnen sagen, wir sind ja in Deutschland nicht auf einer Insel in der Welt, sondern haben europäische Entwicklungen, wo Sie in allen europäischen Staaten eine Erstarkung von rechtspopulistischen Parteien haben, zu Lasten von Parteien, die sich vorher in der Mitte geordert haben. Das ist ja kein deutsches Phänomen. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass im Reflex auf die Perversion eines starken Staates in den totalitären Regimen des letzten Jahrhunderts, Nazi, Kommunisten und so weiter, wir alle von einem extrem liberalen Geist, liberal mein ich jetzt laissez-faire, geprägt waren. Und das hat dazu geführt, dass es Entwicklungen gibt, die die Menschen nicht ertragen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, in Berlin, was hier im Tiergarten ist, wo Leute kampieren, eine Frau ermordet wird, und der Staat kriegt es nicht in den Griff. Das hat damit links und rechts nichts zu tun, sondern die Leute erwarten einen handlungsfähigen Staat. Und den haben wir teilweise alle gemeinsam nicht ernst genommen, weil wir so von dieser Liberalität als Reflex auf die brutalitären Sachen geprägt waren. Nur den Gedanken noch zu Ende. Und das ist doch nicht rechts, wenn ich sage, ich will einen Staat haben, der auch für Recht und Ordnung und Sicherheit und Ordnung garantiert. Das ist nicht rechts, sondern das ist vernünftig. Und darum, wenn das kommt, würde ich sagen, machen wir es rechts nennen. Die Leute erwarten es zu Recht. Graf Lambsdorff? Also ich finde ganz wichtig, das hat man gesagt, die Antwort ist ja vollkommen richtig. Es hat diese zwei großen, Großideologien gegeben des 19. Jahrhunderts, die im 20. Jahrhundert sich dann eben in verbrecherischen Regimen artikuliert haben. Und wir sind daraus aber mit einem Liberalismus, kleingeschrieben, sage ich jetzt mal, herausgegangen, hat nichts parteipolitisches, indem wir gesagt haben, wir tolerieren die Ansichten der anderen. Aber da gibt es eben auch konservative, sozialdemokratische Grüne, da gibt es andere Ansichten. Aber das tragen wir, diese Konflikte tragen wir in einem friedlichen, demokratischen Rahmen aus. Aber wir gucken auch viel weg, Graf Lambsdorff. Da brauchen wir einen handlungsfähigen Staat. Und ich will nur eines sagen hier, es gibt keinen Gegensatz zwischen einem liberalen Rechtsstaat und der Sicherheit. Nein. Dass wir bei der Sicherheit ein Defizit haben, das liegt auf der Hand, das ist vollkommen klar. Ich würde nur gerne noch mal diese Links-Rechts-Frage trotzdem stellen, Frau Peterweilmann, könnte natürlich auch sagen, es lohnt sich durchaus noch Kapitalismuskritik zu betreiben. Also gibt es keine Interessensunterschiede zwischen dem Chef von Amazon, Herrn Bezos, und dem Paketpacker von Amazon? Natürlich gibt es die. Unbedingt. Also werden Sie Kapitalismuskritik üben, auch wenn Graf Lambsdorff sagt, das hat sich erledigt? Wir werden immer Kapitalismuskritik üben, wenn sie sich so extrem darstellt, dass die Steuerzahlerin, kleine Handwerksmeisterin in Berlin, mehr Steuern zahlen muss als ein großer Konzern wie Apple. Also wir werden diese Gerechtigkeitsfragen stellen. Und ich finde es auch gerade spannend, was angesprochen wurde über die Wahl in Niedersachsen. Aber auch Herr Söder, der sagte, das muss sich auch durch den Wettbewerb der Parteien in der Öffentlichkeit widerspiegeln. Es nützt uns nichts, deswegen ist es mir auch wichtig, dass nicht alle in die Mitte strömen, sondern dass wir wirklich eine differenzierte Debatte bekommen, dass die Teilhabe an der Demokratie... Cem Özdemir sagt, veränderungsbereite Mitte. Linke veränderungsbereite Mitte, das sind die Grünen. Lieber von der Mittediskussion weg. Veränderungsbereitschaft, das finde ich gut. Das ist auch etwas, was wir jetzt schon in den Runden mit FDP und Union angesprochen haben, weil wir wissen, die Herausforderungen sind riesig. Ob es die Klimakrise angeht, ob es die Globalisierung angeht, Digitalisierung. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Menschen, die teilweise verängstigt sind, das teilweise gestalten können, weil sie vielleicht ein gutes Einkommen haben. Aber wir erleben, dass diese Verunsicherung zunimmt. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, wie kriegen wir die großen Herausforderungen gestemmt und das runtergebrochen auf ein nationales Handeln. Da gehören die sozialen Sicherungssysteme dazu, da gehört eine gute Energiepolitik dazu, die die Klimaziele einhält. Da gehört Europa dazu, ganz zentral. Nicht alles aufzählen, wenn heute die Sondierung, kleine Sondierung zwischen FDP und Grünen bedeutete, auf gar keinen Fall in die ausgetretenen Pfade von Angela Merkel zurück. Was heißt das? Können Sie das? Das ist ganz gut dargestellt, weil wir uns schnell verständigt haben, der Stillstand der Großen Koalition muss aufgebrochen werden und es muss vorangehen. Wie wir diese Modernisierung anpacken, das muss man sehen. Aber darauf spricht natürlich auch die Angst der Kleinen, sozusagen, dass sie die nächsten Opfer sind. Aber das wird mir nicht tun lassen. Der wirklichen Umarmung von Angela Merkel. Sie haben gefragt, ganz konkret, zwei, drei ganz konkrete Projekte. Das eine ist, wir haben uns in Deutschland daran gewöhnt, mit unserem Handy von Funkloch zu Funkloch zu fahren. Das sind die Schlaglöcher unserer Gegenwart. Wir müssen in Deutschland flächendeckendes 5G ab dem nächsten Jahr aufbauen. Wir müssen den ländlichen Raum, da macht Herr Söder ja viel in Bayern, wir müssen den ländlichen Raum ans Hochgeschwindigkeitsinternet anschließen. Das hat die Große Koalition leider von Berlin aus in den letzten vier Jahren verpänt. Er war nicht dabei, aber es stimmt, darüber haben wir gesprochen. Beim Sondieren ist er mit dabei. Morgen geht es los. Wir müssen dafür sorgen, dass der Bund den Ländern unter die Arme greifen kann, denn es darum geht, Schulen zu renovieren. Es sind ganz konkrete Projekte, die deutlich machen, dass Bildung und Digitalisierung die Zukunftsthemen schlechthin sind. Und da können wir auch Impulse setzen für die Zukunft. Gibt es noch ein paar mehr? Da gibt es noch ein paar mehr. Und vielleicht können wir uns genau das schon mal fragen, was es eigentlich heißt, wenn diese Jamaika-Koalition nun Politik macht. Wo diese Mitte so genau liegt, wissen wir nicht. Aber wir können Ihnen schon mal sagen, was sich die Mehrheit wünscht. Jamaika sondiert. Alle rechnen mit langwierigen, komplizierten Verhandlungen. Die Bürger wissen bei den meisten Themen genau, was sie wollen. 67 Prozent fordern ein Limit bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Eine noch größere Mehrheit der Deutschen, 83 Prozent, spricht sich allerdings auch für ein Einwanderungsgesetz aus. Drei Viertel der Bevölkerung sind für eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Orten. Sicherheit sticht Freiheitsrechte. Die Abschaffung des Soli bis Ende 2019 fordern 78 Prozent der Deutschen. Entlastungsvolumen 15 Milliarden Euro. Die Wähler wissen auch, wogegen sie sind. Die Grünen-Forderung nach dem Aus für den Verbrennungsmotor 2030 wird von deutlich mehr als der Hälfte abgelehnt. Markus Söder, Ordnung, Sicherheit, Entlastung und keine weiteren überstürzten Umweltprojekte. Heißt der klare Wählerauftrag eigentlich, Jamaika bitte keine Experimente wagen? Das hätte ich beinahm gesagt, das heißt CSU wählen. Aber mit all den Punkten... Jamaika ist vorbei. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt das alles gesehen habe, sind das ja ziemlich eindeutige Positionen, die wir so vertreten. Ich glaube, es kommt da folgendes an. Die Leute erwarten sich jetzt nicht neue große philosophische Projekte, sondern sie erwarten sich in der Tat handfeste Verbesserungen der Politik. Schauen Sie, die Leute spüren, dass die Steuerverwaltungen in der Lage sind, bei kleinen Cent-Forderungen konsequent staatlich zu handeln. Da haben sie nicht den Eindruck, der Staat sei schwach. Aber in der Tat haben sie den Eindruck, dass bei Themen Zuwanderung der Staat nicht handlungsfähig ist. Bei Themen der Abschiebungen ist es auch absurd, dass recht klar eigentlich definiert, dass jemand kein Aufenthaltsrecht hat, aber offenkundig staatliche Stellen nicht in der Lage sind, diese Abschiebungen konsequent vorzunehmen. Wir sind das einzige Land der Welt, in dem man ohne Pass hinein, aber nicht mehr hinauskommt. In jedem anderen Land der Welt ist es genau umgekehrt. Wir diskutieren in einigen Bundesländern in der Tat, ob Videoüberwachung etwas Gefährliches sei. Dort, wo sie stattfindet, merkt man übrigens seit 50 Jahren Aktenzeichen XY, der Sendung des ZDF, funktioniert das natürlich zur Verbrechensaufklärung. Also ich glaube, die Leute erwarten sich jetzt auch von dieser neuen Koalition und ich glaube, sie sind skeptischer als wir denken gegenüber dieser möglichen Zusammenarbeit. Sie erwarten sich handfeste Verbesserungen für ihr Leben und keine Experimente. Darum zum Beispiel fände ich es völlig absurd, das Auto quasi zu verdammen, ein Datum zu nennen, Verbrennungsmotor abzuschaffen. Das ganze Land, unser Bundesland zum Beispiel, viele andere, hängen Jobs, hängen am Auto. Und deswegen muss man vernünftige Kompromisse finden, was anders geht aufgrund der Entfernungen, die wir zurückzulegen haben, gar nicht. Und deswegen ist das Flirten am Anfang okay, es kommt am Ende aber auf die Inhalte an. Schauen wir mal auf die ökonomischen Fragen. Frage an Ole von Beust, also die ökonomischen Ziele von Jamaika, so muss man es korrekt sagen. Diese viel zitierte, hart arbeitende Mitte, Ole von Beust, versteht sich ja und definiert sich wirtschaftlich. Müsste sich Jamaika jetzt endlich mal vornehmen, die Steuern wirklich zu senken und es nicht immer nur zu versprechen? Klar, das wäre in der Tat vernünftig, wobei nebenbei auch das Problem diffizil ist. Wenn Sie die Leute fragen, ob sie bereit sind, hohe Steuern zu zahlen, wenn Sie dafür Sicherheit, Geborgenheit, gute Infrastruktur kriegen, ist die Mehrheit der Deutschen sogar relativ bereit, Steuern zu zahlen. Es ist nicht so, dass es eine Volksbewegung gibt, die Steuern zu senken. Auf der anderen Seite finde ich es eine Frage der Redlichkeit mal ganz runtergeholt. Der Soli war für einen bestimmten Zweck da, der Zweck ist erfüllt, also muss der Soli irgendwann auslaufen, das ist relativ schlicht. Das ist einfach eine Frage der Redlichkeit. Ich glaube, eine solche Koalition müsste eigentlich auch die Kraft haben, weil alle, auch wenn sie von unterschiedlichen Dingen kommen, zumindest den Staat nicht als allein seligmachendes Glücksbringer sehen, auch die Grünen nebenbei nicht. Sondern die haben da auch eine liberale und eine offene Position, wenn das Ziel erreicht wird, muss es nicht unbedingt der Staat machen, sondern kann auch anders erreicht werden. Und ich finde es ein Gebot der Redlichkeit, den Soli auslaufen zu lassen. Sagt Ole von Beust. Interessanter Punkt, wer mehr arbeitet, Alexander Graf Lambsdorff, der hat weniger. Wir nennen das kalte Progression. Dieses Land hatte offensichtlich für vieles ganz viel Geld, aber kein Geld, um diese Ungerechtigkeit abzuschaffen. Ist allein Wolfgang Schäuble daran schuld gewesen? Überwiegend. Überwiegend ja. Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Faktoren da zusammenkommen bei der kalten Progression. Wie beim Mittelstandsbrauch brauchen wir auch die Bundesländer dabei. Das ist nicht eine Sache, die der Bund alleine entscheiden kann. Aber zum Beispiel den Soli, den können wir, wenn wir uns tatsächlich einigen sollten, im Bund alleine abschaffen. Und es wäre fair, es wäre genauso redlich, wie Sie es gerade gesagt haben. Frau Illner, ich will aber eines sagen. Sie haben gefragt, die ökonomischen Ziele einer möglichen Jamaika-Koalition. In meinen Augen ist eines wirklich wichtig, dass wir uns das klar machen in Deutschland. Die Technologien, auf denen unser Wohlstand heute gründet, die stammen alle nahezu aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Chemie, das ist Auto, das ist Maschinenbau. Die Wirtschaft der nächsten 10, 20, 50 Jahre, die wird aber digital dominiert sein. Und das heißt, wir müssen jetzt die Grundlagen legen, wenn es denn gelingt, das Ganze zusammenzukriegen. Und das ist alles andere als sicher. Das ist eine ergebnisoffene Sondierung bisher. Aber wenn es gelingt, dann muss die Grundlage gelegt werden für den Übergang Deutschlands auch ins digitale Zeitalter. Es kann ja nicht sein, dass alle großen innovativen Projekte entweder aus den USA kommen oder aus den kleinen digitalen Tigern wie Estland. Wir müssen auch selber diejenigen sein, die Innovationstreiber in der digitalen Wirtschaft sind, weil dann hat die arbeitende Mitte nämlich auch was davon. So, und über diese neue wirtschaftliche oder arbeitsmarktpolitische Dimension haben wir in der letzten Sendung schon mal sehr ausführlich geredet. Es bleibt eine große Aufgabe, auch das ist im Wahlkampf nicht wirklich thematisiert worden. Frage an Simone Peter, um es wieder ganz konkret zu machen, Abschaffung des Soli. Wäre das mehr als nur Symbolpolitik, zu sagen, es zeigt dem Bürger, dass der Staat vernünftig mit dem Geld umgehen kann und dass er den Soli jetzt auch hergeben kann, weil die deutsche Wiedervereinigung ist geschafft und würden die Grünen dafür sein? Also zunächst mal würde mir die Redlichkeit nicht reichen. Ich würde gerne über Gerechtigkeit sprechen. Die Steuersenkungen sind ein Ziel von FDP und Union. Wir haben immer gesagt, uns geht es um eine Entlastungswirkung, dass wir zum Beispiel Familien entlasten mit einem Familienbudget von 12 Milliarden Euro und dass wir, wenn wir Verteilungswirkung vornehmen, nicht immer am oberen Rand gestärkt wird und am unteren Rand geschröpft wird. Und wenn wir mal den Soli anschauen, für nächstes Jahr beträgt das Volumen etwa 18 Milliarden. Davon würden, wenn man ihn einfach abschafft, etwa 11 Milliarden Euro bei den oberen 10 Prozent landen und 0,3 Prozent bei den unteren. Und da frage ich mich, wenn diese Befreiung erfolgt, da brauchen wir irgendwo eine Entlastungswirkung. Die Frage ist doch, gönnen Sie den Leuten nicht mehr netto vom Brutto? Doch unbedingt, aber nicht immer nur den höheren Einkommen, sondern auch gerade den kleineren Einkommen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit dieser Umverteilung von unten nach oben aufhören und deutlich machen, die Familien mit Kindern brauchen Mittel. Wir müssen uns um Armut kümmern. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Wir brauchen Entlastungswirkungen, die wirklich die gesamte Gesellschaft betreffen und nicht diejenigen, die vielleicht Steuern hinterziehen. Die Stromsteuer ist eine Steuer. Aber das sind wir wirklich, Sie haben recht, dass wir die unteren Einkommen jetzt unterstützen. Ja, bin ich völlig dabei, dass ich muss mal in der Einkommensteuer auch arbeiten, ganz klar Familien mit Kindern unterstützen. Aber nochmal zum Soli, also das geht doch da auch um eine Grundsatzfrage. Ist es sinnvoll, dass ein Staat, der eine Steuereinführung, eine Abgabe, um eine Aufgabe zu erfüllen, dann, wenn die Aufgabe endet, einfach sagt, ich behalte das Geld und stecke es ein und tut mir leid, liebe Bürger. Lass mich dann sagen, ich glaube, das muss man sowieso mal generell einführen, auch übrigens für das Vertrauen der Bürger in den Staat. Wenn eine Aufgabe da ist, dann haben die Leute auch Verständnis, Geld zu zahlen. Wenn die Aufgabe aber endet, dann muss der Staat so ehrlich sein. Und es ist auch gerecht übrigens, dass dann endlich eine solche Abgabe endet. Warum sollte der Soli in welcher Form, schrittweise oder ganz, sollte der Stromlaufer zu schaffen werden? Da müssen wir uns ja in der Diskussion auch beteiligen, aber es darf nicht eine Entlastungswirkung für die oberen Einkommen sein. Und wir müssen immer noch betrachten, wir wollen gleiche und gleichwertige Lebensverhältnisse. Das hat übrigens Frau Merkel in dieser Runde vorgestern auch zu uns gesagt, fand ich einen guten Ansatz, wenn wir Ost-West angleichen wollen, wenn wir von... Weil da das so hier nichts mit zu tun sind. So, aber in den Ländern stimmen wir ja zu, in den Ländern des Aufbausen. Das ist ja die Frage, doch, schon eine Frage, zum Beispiel, wo kriegen wir das Geld für Investitionen her, wo kriegen wir die Möglichkeiten her, gerade... Und diese Frage, die stellt sich natürlich die Union natürlich auch. Herr von Beuys kann jetzt freisprechen. Ja, ich bin ja kein Politiker mehr, weil ich berate nur noch zu tun. Ja, und deshalb vertreten Sie Ihre Meinung. Aber die Linie Ihrer Partei ist natürlich auch ein bisschen differenzierter. Deshalb, anders als Graf Lambs noch den Eindruck erweckt hat, ist ja der Soli jetzt noch nicht sozusagen schon ergebnisvoll. Absolut, genau. Aber auf jeden Fall wünscht sich... Das ist auch mit ein Problem der CDU, aus meiner Sicht, dass sie in diesen Punkten, wer heißt das schön, zu etatistisch ist. Also, sagen wir mal, den Staat im Mittelpunkt gut meint im Mittelpunkt sehen, aber da muss ich auch finanzieren. Aber um das Erbe von Wolfgang Schäuble vielleicht doch in Ihrer Partei, also der ein oder andere... Und nicht, offensichtlich nicht nur die FDP. Es war ganz interessant zuzuhören, was der Parteichef Lindner zu Wolfgang Schäuble gesagt hat. Der ist nämlich sehr froh, dass er nicht mehr für Finanzen zuständig ist. Ein Grüner, ein CSU- oder ein FDP-Finanzminister. Alles wäre besser, als das Kanzleramt und das Finanzministerium weiterhin in CDU-Hand zu halten. Denn so wird durchregiert. Das hat sich nicht bewährt. Hätten Sie, Ole von Beust, lieber Simone Peter oder einen anderen Grünen als Finanzminister? Jetzt, weil Sie gerade Wolfgang Schäuble kritisieren. Ich habe auch das Herz. Nein, von allem ein bisschen viel von mir jetzt. Sie sind ein Feiermann, da haben wir gerade festgestellt. Aber Herr Schäuble hat ja im Endeffekt seine Sache vernünftig gemacht. Wir haben keine Neuverschuldung, haben keine Neuverschuldung immerhin. Und Deutschland steht verglichen mit vielen anderen europäischen Ländern recht gut da. Muss man einfach konzidieren. Aber die schwarze Null ist auch kein Selbstzweck. Da brauchen wir Investitionen. Aber ohne die Stabilität von Finanzen. Also ich kenne kein Land der Welt, das mit Verschuldung am Ende erfolgreich war. Aber ohne Investitionen auch nicht. Wenn sogar der IWF-Bereich investiert. Ich habe mich ein bisschen gewundert und geärgert. Ich verstehe ja, dass man aus parteitaktischen Gründen sowas sagt. Aber wenn ich an die gesamte europäische Finanzarchitektur denke, an den Wunsch vieler Länder, dass Deutschland Euro-Bonds einführt, dass Deutschland für andere Länder mitzahlt, finde ich, war Wolfgang Schäuble einer derjenigen, auch bei Griechenland, der die Linie gehalten und deutsche Interessen durchgesetzt hat. Und das sollte man zumindest... Also Wolfgang Schäuble hat seine Verdienste. Er war sogar dafür, irgendwann mal zu sagen, also mit Griechenland, so kann es nicht weitergehen. Das dritte Hilfspaket, das bringt nichts. Da ist er dann von der Bundeskanzlerin leider überstimmt worden. Na, er hätte beinahe Griechenland in den Drecks. Herr Flamstorff, soll Simone Peter Finanzminister werden? Oder irgendjemand von den Finanzministern? Also, was für uns wichtig ist, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Darum geht es am Ende wohl immer meistens. Die Große Koalition ist abgewählt worden. Es muss ein sichtbarer Neuanfang sein. Ein sichtbarer Neuanfang. Und das Bundesfinanzministerium ist nun mal das Haus, das über die Kraft des Haushalts und des Steuerns mit Geld wirklich in alle anderen Ministerien hineinregieren kann. Und das in der gleichen Partei zu haben wie das Bundeskanzleramt, das ist in einer neuen Koalition wirklich kein Neuanfang. Das ist kein Aufbruch. Okay, wir fragen Bettina Schausen. War dieser Satz von Christian Lindner, und es war nicht sein erster in Bezug auf das Finanzministerium, so eine Art Bewerbungsschreiben für den Ministerposten? Möchte er es selber machen? Jedenfalls hat es fast jeder so verstanden. Also, er hat natürlich die Kurve noch über die anderen Parteien gedreht. Aber, dass die FDP jedenfalls ein Interesse hat oder haben müsste, das ist vielfach diskutiert. Das darf man, glaube ich, unterstellen. Ob er es selbst am Ende macht, ist die große Frage. Und ein Punkt vielleicht daran ist ja noch interessant. Es liegt darin ja auch ein Risiko für die FDP. Sie haben gerade auf den Soli ja verwiesen. Das ist in der Tat das Einzige, was man dann sozusagen als Finanzminister auch durchsetzen kann. Für fast alles andere braucht man die Länder, braucht man den Bundesrat. Und die stehen dann vielleicht gar nicht so eng an der Seite dieses FDP-Finanzministers. Und dann kann natürlich bei großem Risiko dann ein solcher auch scheitern. Aber ist es da eine politische Frage? Politische Frage? Nein. Und dann sind wir gleich wieder bei der Wirtschaft und fragen Frau Professor Münch noch mal. Kann man die Schwäche von CDU, CSU jetzt auch so ausnutzen, seitens der FDP und seitens der Grünen, dass sie eben in Sach- und in Personalfragen einfach mehr Stiche machen, als das unter anderen Gegebenheiten der Fall wäre? Naja, die Schwäche ist ja jetzt so stark. Also ich würde die Schwäche so nicht sehen. Also ich meine, man ist jetzt zunächst mal in Verhandlungen, wo es jetzt nicht darum geht, dass jeder seine Prozente und seine Verluste in eine Waagschale legt. Also so würde ich es jetzt mal nicht sehen, weil dann würden ja die Verhandlungen von vornherein gescheitert sein. Also insofern ist natürlich, die Kanzlerin war sicherlich schon mal in einer besseren Verhandlungsposition, weil sie ja nicht nur von Seiten der CSU unter Beschuss gerät, sondern durchaus durch Teile der CDU auch. Nur die Kanzlerin zeichnet sich ja dadurch bislang aus, dass sie das überhaupt nicht bekümmert. Man hat ja den Eindruck, sie verhandelt trotzdem weiter vor sich hin und lässt es gar nicht so recht auf sich einwirken. Die Frage ist natürlich nur, ob dieses dann manchmal etwas dann doch starre vor sich hin Verhandeln und Wurschteln wirklich noch das Richtige ist. Frau Professorin, ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das ist ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, wir verhandeln hier auf Augenhöhe. Natürlich ist die Union aus der Wahl als stärkste Partei hervorgegangen. Es ist völlig richtig, dass die CDU-Vorsitzende, die Bundeskanzlerin einlädt und wir dann miteinander reden. Aber um diesem Eindruck vorzubeugen, der gerade entstanden sein könnte, wir sind, und das können hier alle am Tisch bestätigen, die dabei sind, überhaupt nicht in einer Phase, wo wir über irgendwelche Posten reden. Ganz im Gegenteil, wir sind in einer Phase, wo wir erst mal einander kennenlernen, Vertrauen aufbauen und wir sind in einer ergebnisoffenen Sonti. Die sollen keine Interviews dazu geben, sagt Herr Söder. Ich würde aber gerne noch mal bestätigen, vorhin ein ganz kurz, ein Argument. Das war ja keine personelle Forderung, sondern eine strukturelle Forderung. Genau. Das hat ich auch gut nachvollziehen. Die FDP hat die Erfahrung gemacht in der Regierungszeit 2009 bis 2013. Ich war ja selber auch mal Ministerin einer Jamaika-Koalition. Jamaika-Koalition, der Ersten im Saarland. Halleluja. Wie ging das eigentlich aus? Ja, schlecht. Für die Kleinen schlecht. Deswegen ist es wichtig, die Familienzeit und Verletzungen im Saarland auf die Bundesrepublik zu schließen. Aber dass man einen Gestaltungsrahmen, Herr Söder, dass man einen Gestaltungsrahmen braucht, und die CSU hatte ja auch schon mal das Finanzressort in der Verwaltung, dass man einen Gestaltungsrahmen braucht, jenseits der eigenen Ressort. Aber da reden wir noch am Schluss lieber davon als am Anfang. Das, glaube ich, um das geht es jetzt. Ich meine, die Haushaltsfragen sind ganz zentrale. Wir haben eben schon über die Steuerpolitik gesprochen. Mir geht es auch gar nicht um die personalen Fragen. Aber die Realität ist, dass der Gestaltungsrahmen über die Staatskanzlei auf Landesebene, das Kanzleramt und das Finanzministerium erfolgt. Und deswegen muss diese strukturelle Frage einwerfen, einfach ernst genommen werden. Wir sind bei einer inhaltlichen, einer nächsten inhaltlichen Frage. Weil wir reden über die hart arbeitende Mitte. Und da ist die nächste Frage, stimmt der Befund, die ganz oben geben nichts und die ganz unten haben nichts. Und die hart arbeitende Mitte hat im Grunde sowieso die Leistungen und die Steuern zu erarbeiten, die am Ende der Staat verteilen möchte. Und was tun wir eigentlich für die, Herr Söder? Also nächste Frage. Brauchen wir, wie die Grünen sagen, eine Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer für die Superreichen? Also ich glaube, das sind jetzt steuerpolitische Vorschläge aus der Mottenkiste nicht kommen. Wir brauchen was anderes. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich einen Ballungsraum wie München sehe, dort ist es für jemanden, von dem wir reden, normale Mitte in der gesellschaftlichen Schule, ganz schwer, heute noch einen bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Diejenigen, die sozialen Wohnungsbau in Anspruch nehmen können, also Wohnungen vom Staat bekommen, sind die einen, die im englischen Garten sich teure Apartments leisten können, das andere. Aber genau ganz normale Arbeitnehmer tun sich bei uns in der Region unglaublich schwer bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Wobei es auch nicht zu viele Sozialwohnungen gibt. Ja, müssen wir auch mehr tun, aber wir müssen umgekehrt auch überhaupt Wohnraum mehr schaffen. Da waren Argumente wie die Mietpreisbremse, ehrlich gesagt zu dünn, haben nicht funktioniert. Wir müssen mehr Geld in den Wohnungsbau stecken. Wir müssen die Anreize, steuerliche Anreize machen, damit mehr gebaut wird. Und wir müssen auch Bauzyklen so verändern, dass schneller gebaut werden kann in Deutschland. Zum Beispiel, jetzt nur ein Thema. Ich glaube, das ist bezahlbarer Wohnraum, dass ärztliche Versorgung eine Rolle spielt. Wenn in den Großstädten Leute zwei bis drei Monate warten müssen, bis sie eine ordentliche ärztliche Behandlung bekommen, dann ist das auf Dauer keine Lösung. Das sind so Themen, finde ich, die den Menschen, die ganz normal schaffen, arbeiten und ihren Weg suchen, für die eine ganz zentrale Frage sind, mehr manchmal als die Theoriediskussionen von links nach rechts oder unten nach unten. Ich frage trotzdem nochmal nach ganz oben und nach ganz unten, Ole von Beust, kein besonders origineller Gedanke, aber Helmut Kohl hat den Gut- und Besserverdienenden wesentlich höhere Steuern zugemutet. Warum traut sich das die CDU heute nicht? Das hat er. Auf der anderen Seite muss man sehen, durch niedrige Steuern haben wir eine wirtschaftliche Situation, die besser ist als in den meisten anderen Ländern, weil durch niedrige Steuern mehr Kaufkraft entsteht und diejenigen, die was leisten, wo motiviert sind zu leisten. Nur, wenn Sie mir eingegangen erlauben, wir drehen uns sehr an diesen Begriffen, die wir alle kennen. Ich glaube, die Unzufriedenheit mancher Leute, und die geht über den AfD-Anteil auch weit in die anderen Parteien hinein, entzündet sich manchmal ganz anderen Dingen. Zum Beispiel die Frage, wenn wir über Wirtschaftspolitik und Gerechtigkeit reden, empfinden es einfach viele Menschen als unanständig, dass früher der Chef das 20-fache verdiente und heute das 80- oder 100-fache Vorstandsleute verdient. Das ist einfach unanständig. Und ich finde, soziale Marktwirtschaft lebt auch vom Vorbild derjenigen, die Leistung erbringen, die gut sind, die gesellschaftliche Elite haben, müssen auch ein anständiges, moralisch anständiges Verhalten als Vorbild an den Tag legen. Das tun die zum Teil nicht. Was tut man dagegen? Moment, die Politik kann das gar nicht regeln. Sie muss aber brandmarken sagen, was ihr da macht, ist unanständig. Das muss aber artikuliert werden. Nicht, ja, juristisch ist so schwer und das geht nicht und das geht nicht. Ich stelle die selbe Frage nochmal. Kann man mit einer Vermögenssteuer, Sekunde, Sie sind gleich wieder dran, kann man mit einer Vermögenssteuer und mit einer Erbschaftssteuer an diese Superreissteuer? Erbschaftssteuer haben wir ja. Weil die Vermögenssteuer, die das Eintreiben teurer ist, als wenn man mit der Steuer eingenommen würde. Jeder weiß, das Ding bringt nichts. Und Erbschaftssteuer, ich meine, das Erbe wird ja aus versteuerten Einkommen vererbt. Aber wenn es um Arbeitsplätze geht, wir haben ja damals immer nur diskutiert, wenn ein Unternehmen in der Familie bleibt, übergeben wird zur Sicherung der Arbeitsplätze, da ist es schon sinnvoll, dass wir eine vernünftige Erbschaftssteuer haben. Es geht nicht um Segelboote und was weiß ich, da wird nicht besteuert. Aber wenn man mittelständische Betriebe so besteuert, dass sie am Ende Arbeitsplätze abbauen, dann tut man genau den Leuten, denen wir helfen wollen, leider kein Gefühl. Noch mal die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und nach der Anständigkeit, ein neuer Begriff, wenn wir es denn so nennen wollen. Und noch mal die Frage nach dieser hart arbeitenden Mitte. Die macht ja zum Teil die Erfahrung, dass nicht mal zwei Doppelverdiener am Ende dafür sorgen, dass man gut über den Monat kommt. Da macht das Wort von der Abstiegsgesellschaft und der Gefahr, dass man aus diesem guten Polster absteigen kann in der Gesellschaft natürlich die Runde. Was macht das mit den Menschen, wenn sie solche Ängste haben? Das sorgt natürlich dafür, dass man sich umschaut und sich denkt, woher kommt eigentlich unter Umständen die nächste Bedrohung, woher kommt die Konkurrenz. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass man unter Umständen diejenigen, die einem womöglich das streitig machen könnten, versucht abzuwehren. Also sobald man sich bedroht fühlt in dem, was man hat, hat es natürlich schon zur Folge, dass man versucht, neu dazukommende unter Umständen abzulehnen, selbst diejenigen, die gutes Recht und gute Gründe haben, zu kommen. Also das trägt mir dazu bei, dass man im Grunde dieses Wir und die anderen viel stärker differenziert und dass man sagt, wir wollen beieinander bleiben, wir wollen nichts anderes, weil der Kuchen ohnehin so klein ist. Natürlich sorgt es für Ängste und Leute, die ängstlich sind, sind auch natürlich auch unberechenbarer, wechseln vielleicht auch schneller die Meinung und sind natürlich auch viel leichter beeinflussbar. Und wir wissen alle, wie viele Möglichkeiten es inzwischen gibt, diese Leute auch direkt zu beeinflussen, zu infiltrieren über Social Media und so weiter. Und hier sind die nächsten Zahlen, Graf Lambsdorff, 40% der Deutschen haben kein Vermögen und dafür Schulden. Fühlen Sie sich eigentlich auch für die zuständig? Absolut. Und natürlich, ich kenne diese Zahl, die kommt von Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist ein hoch anständiger Professor, er hat nur eins vergessen. Diese 40%, über die er da redet und sagt, die hätten kein Vermögen, die haben aber Ansprüche. Die haben eine Absicherung, die haben Rentenansprüche, die haben eine Gesundheitsversorgung mit anderen Worten. Und das klingt so, als ob hier 40% von der absoluten Armut bedroht wären. Das ist aber etwas, was uns schon Gedanken macht, wie kann man den Vermögensaufbau befördern. Das ist dieses Thema Anreiz zum Bauen, Einstieg in Immobilienerwerb. Das ist die beste Altersvorsorge, wo man mietfrei wohnen kann im Alter. Das ist für, gerade wenn man in die Mittelschicht aufsteigen will, das ist ein Riesenthema. Das ist gerade für Familien mit Kindern ein riesiges wichtiges Thema. In Ballungsräumen unmöglich. In Ballungsräumen wird es immer schwieriger. Das ist ja nicht nur München. Ich komme aus dem Rheinland, in Köln, Düsseldorf und Bonn haben wir eine ähnliche Situation. In Hamburg genauso. Wir müssen aber wieder diese Chance schaffen. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir bei der ersten selbstgenutzten Immobilie, das betrifft in erster Linie Familien, die Grunderwerbssteuer mal erlassen. Das sind ein paar 10.000 Euro, die dann wegfallen. Die Machtfamilien einfach leichter da einzusteigen. Aber was sollte eigentlich die Mittelschicht, um die es ja geht, Rav Lambsdorff, was sollte die dagegen haben, wenn die Superreichen mehr zahlen müssen? Die Superreichen zahlen, wenn es um Einkommen geht, ja ohnehin schon über die Einkommenssteuer erheblich mehr. Das dürfen wir bitte nicht vergessen. Die Vermögenssteuer ist ein, ich sag mal, wenn man sich das so vorstellt, kann man sagen, ja toll, die sollen von ihrem schon versteuerten Vermögen nochmal eine Steuer einzahlen. Aber es ist genau das, was Herr Söder und Herr von Beuys gerade gesagt haben. Es ist praktisch unmöglich, sie verfassungskonform einzutreiben. Und die Kosten, das zu machen, sind höher als das, was am Ende dabei herauskommt. Und wenn wir es so machen wie François Hollande, ja, also 75 Prozent auf Einkommen ab einer gewissen Höhe, dann machen wir Gérard Depardieu zum Russen. Ich weiß nicht, was Till Schweiger dann macht, aber, versteht ihr, dann laufen wir schon die andere Dimensionen. Frau Peter ist gleich dran, nochmal die Frage an Bettina Schausen. Vor vier Jahren, Bettina Schausen, sind die Sondierungen zwischen Schwarz und Grünen ausgerechnet an den Steuerplänen gescheitert. Kann das nochmal passieren? Jetzt haben die Grünen ja darauf verzichtet, ein entsprechend ausgefeiltes Programm vorzulegen, wie das vor vier Jahren der Fall war von Jürgen Trittin. Genau, jetzt kann man, glaube ich, auch lange darüber streiten, woran genau es dann nicht geklappt hat beim letzten Mal. Die Grünen sind jetzt, hier am Tisch hat man ja das Gefühl, Schwarz-Gelb würde an der Stelle schon funktionieren. Die Grünen sind jetzt in der Situation, was durchzusetzen. Da bin ich auch sehr gespannt, Frau Peter, wenn Sie sich noch durchsetzen. Sie haben jedenfalls für einige eine Vermögensteuer vorgesehen. Ich glaube, das eher nicht. Und die Frage wird dann am Ende sein, kann so eine Koalition eine der Entlastungen werden? War die Ausgangsfrage, mal sehen, wofür dann das Geld am Ende reicht. Denn die Ansprüche sind schon sehr vielfältig und sie machen viele Versprechungen. In allen Programmen sind viele Versprechungen, das kostet. Letzte Frage also, Simone Peter. Wie sehr müssen sich Ihre zukünftigen Koalitionspartner anstrengen, um sie von Ihren Steuerplänen wieder abzubringen? Und möglichst keine Vermögensteuer für die Superweiten? Also wir haben zumindest den Konsens, dass wir diese abgekoppelten Eliten über die Managergehälter, aber wir müssen uns auch über die Vermögen und Erbschaften unterhalten, dass wir die einbeziehen wollen, um das Gemeinwohl zu stärken. Ich habe am Anfang mit dem sozialen Zusammenhalt angefangen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben, da machen sich ein paar vom Acker und es gibt Armut im Land. Das wieder zusammenzubringen, ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, entlasten, gerade denen, die es brauchen, Familien, aber auch die einbeziehen, die genug Geld haben, um was abzugeben. Weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Zinsen so bleiben, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Beschäftigungsquote so bleibt. Auch in Europa kann es noch mal zu einer Krise kommen. Und deswegen ist jetzt Steuerhöhen eine gute Idee. Jetzt möchte ich ganz kurz auch kurz ausreden. Wir möchten viel mehr investieren. Über Bildung wurde schon gesprochen. Da gibt es ja auch viele Parallelen. Wenn wir uns den Zustand der Schulen angucken, wir müssen investieren in den Klimaschutz, in die Gebäudesanierung, in den Wohnungsbau, ganz zentral. Ich verstehe das sehr gut, gerade wenn Menschen sagen, da kommen jetzt welche zu uns. Aber ist nicht eigentlich genug Geld da? Wir müssen für alle Wohnraum schaffen. Aber doch nicht mit Steuer. Nein, es ist nicht genug Wohnraum. Im Moment sind die Einnahmen zwar sehr, aber um langfristig Zukunftsinvestitionen auszulösen, brauchen wir eine Stabilität. Aber der Staat muss doch endlich mal lernen, mit dem Geld, der es hat, auszukommen. Aber wir liegen doch auf einem riesigen Schuldenberg. Wir müssen die Schulden abbauen. Wir müssen die Schulden abbauen und halbzeit nicht investieren. Aber wir müssen immer nur Steuern. Ich möchte nur sagen, es hat sonst immer Wolfgang Schäuble gesagt. Nur was... Ja, aber auch leidzhaft nicht investieren. Das eine ist das Gerechtigkeitsthema. Ich würde nicht die ganze Zeit auf den Managern rumhacken, die in Deutschland Geld verdienen. Ich bin bei Ihnen, was die Sache mit dem ehrbaren Kaufmann angeht. Aber die zahlen, die versteuern ihr Einkommen. Ihr persönliches Einkommen versteuern die. Das große Problem, das wir haben, sind die Unternehmen, also wie Amazon, wie Google, wie Facebook, die hier bei Unis nicht ihre Steuern zahlen. Aber VW war auch kein glückliches Beispiel. Ich nehme auch VW. Und wir kennen die ganzen Klingelschilder auf Malta. Da haben Journalisten, ihre Kollegen gute Arbeit gemacht. Das ist eine Gerechtigkeitstreit. Der Florist, der Optiker, der Metzger, der bei mir in der Nachbarschaft ganz normal seine Steuern zahlt, der kann nicht verstehen, warum wir es nicht schaffen, als Politik Facebook, Amazon und Google ranzuholen. Das ist in meinen Augen die Gerechtigkeitsfrage. Nicht der einzelne. Letzte Frage zu diesem Komplex zu Bettina Schausten. Bettina, könnte diese Jamaika-Koalition, wenn die Grünen überredet werden, eine Koalition der Entlastung werden? Ein Projekt der Entlastung? Das würde ich wirklich mal abwarten, was dabei rauskommt. Ich bin da gerade schon meinen Zweifel benannt. Bin da noch nicht so sicher. Und um es noch einmal politisch zu wenden, auch von dem Ausgangspunkt, bei dem wir begonnen haben, die Union verbindet ja mit all den Vorstellungen, die Herr Söder hier auch genannt hat, jetzt das Ziel, dass man Menschen zurückholt zur Union, die man verloren hat. Weil man nimmt jetzt die Sorgen der Bürger ernst. Man nimmt, Frau Münch hat es gesagt, man hat die Pflege, die Rente plötzlich und spät entdeckt. Dazu muss man natürlich sagen, die Union regiert schon zwölf Jahre. Dass das eine und das andere ist, dass natürlich das mit dem Rückgewinnen oder erst gar nicht gehen lassen auch nicht so leicht ist. Sonst wäre der Anteil der AfD in Bayern, wenn man ihnen folgen würde, nicht so hoch. Also so leicht ist es offenbar nicht. Und so ist es auch nicht gelungen. Gar nicht so schwierig ist es auch nicht. Also wenn 60 Prozent der AfD-Wähler sagen, dass sie die AfD gewählt haben, weil sie von anderen Parteien enttäuscht sind, dann zeigt das auch, dass da natürlich auch Bewegung drin ist. Also die Wählerschaft ist nicht, wenn man also darauf reagiert, ohne den Leuten hinterherzulaufen. Man muss natürlich das Wahlergebnis... Ja, Frau Bieders, aber links so ganz besonders nicht. Ja, ja. Also mit dem Motto auf AfD, wäre jetzt die Antwort noch blinker. Heute wird gar nicht mehr gewählt. Heute reden wir. Ich sitze ja aus Sicht der Zuschauer dann links. Aber, Herr Nermitt, jetzt ganz so ein Wahlergebnis, was Frau Schausten sagte am Anfang, war schon sehr spannend. Dass man jetzt nicht nur in die klassische Technik eines unglaublich großen Verwaltungshandelns fällt, jetzt müssen wir die Regierung bilden ganz schnell und die einen denken schon über Post nach, die anderen erst später, sondern man muss nochmal das Wahlergebnis tatsächlich ernst nehmen. Die Leute haben uns auch mit diesem Wahlergebnis ein Signal gesetzt. Die Leute haben doch nicht AfD gewählt, weil es jetzt die Funktionäre so glänzend fanden oder weil sie das jetzt so überzeugend fanden. Sie wollten ein Signal setzen, bitte nehmt Sorgen der Sicherheit, der Sozialen ernster als bislang und entwickelt politische Programme. Immer dann in Deutschland, wenn so Parteien sich aufgemacht haben und die Politik hat darauf reagiert, dann hat sie eine ganz reelle Chance, die Menschen wieder zurückzuhören. Deswegen muss man diesen Wähler auch vergangen. Ja, auch weil Herr Söder mich da in Anspruch nimmt. Die Frage ist nur, wie reagiert man dann in der Tat? Und das Wort viel vom Hinterherrennen, dann ist möglicherweise der Preis hoch. Das hat natürlich Österreich auch gezeigt. Genau. Und das muss man, das fiel ja am Anfang noch nicht, das muss man, glaube ich, bei allem, wie man sich jetzt ändert. Ja, das wäre jetzt ein schönes Thema. Hat man in Österreich nicht vielleicht zu lange, Frau Schassen, nur der Gedanke, hat man in Österreich nicht vielleicht zu lange diese Sorgen ignoriert und eine große Koalition hat jahrelang diese Probleme ignoriert und hat eine FPÖ, um die geht es ja, so stark gemacht, dass es dann gar nicht mehr zu ignorieren war. Ich glaube, wir haben noch die Chance in Deutschland, was zu tun. Weil wir keine Ohr, wenn man sich dabei ein Klima der Abschottung schafft, dann ist es natürlich dann, Es geht schon um Vernunft. Naja, das grenzte jedenfalls auch da. Aber unbegrenzte Zuwanderung kann wohl nicht sein. Auskennung kann es nicht gehen. Wir wollen Frau Münch unbedingt noch etwas anderes fragen. Apropos neue Worte. Der Jamaika-Minister von Schleswig-Holstein, kommt von den Grünen, heißt Robert Habeck, sagt, diese Jamaika-Koalition braucht eine neue Erzählung. Die braucht ein Projekt. Glauben Sie, dass es das wirklich braucht? Sehnen sich danach die Wähler oder wollen die einfach nur regiert werden und brauchen keine Lyrik? Also ehrlich gesagt, das ist zur Zeit modern. Es rufen immer alle nach den Narrativen und nach den Erzählungen. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist den Leuten gerade egal. Die Leute wollen wissen, wovon sie leben sollen. Die wollen einen sicheren Arbeitsplatz haben. Wenn man das Projekte nennt, sind es Projekte. Aber ehrlich gesagt, mit solchen Begrifflichkeiten. Aber wie erklärt sich dann plötzlich diese allumfassende Sehnsucht nach der Heimat? Stimmkreis für Politprofis, ja. Heimat. Voll krass. Heimat ist plötzlich wieder total gefragt. Von den jungen Neocons in der Union. Für Heimat. Über Heimat. Nach Heimat. Bis hin zum grünen Establishment. Wir lieben dieses Land. Das ist unsere Heimat. Und diese Heimat spaltet man nicht. Böse Zungen dissen die neue Heimatliebe unserer Politiker als Speed-Dating mit dem AfD-Wähler. Doch weit gefehlt. Unser Bundespräsident bietet routiniert einen coolen Minimalkonsens. Wer sich nach Heimat sehnt, der ist nicht von gestern. Heimat gibt es auch im Plural. Die pluralistische Flexi-Heimat also. Von der Ostsee bis Tolorelei. Vom Thüringer Wald bis zum Schwarzwald ruft sie. Vom Schützenverein in den Bergen zu den Sonnenanbetern an der Isar reicht sie. Heimat. Sie gibt uns Halt. Gemeinschaft und Geborgenheit. Und einen echt geilen Link zur christlich-abendländischen Tradition. Der Hoam ist am schönsten, findet auch der Osterhasi. Die Politik ist gleich dran. Ich muss die erste Frage an Frau Münch stellen. Was nutzt das, dass wir plötzlich über die Schöpfung und das Bewahren der Schöpfung und über Heimat wieder reden? Lässt sich so ein Begriff politisch wirklich positiv aufladen? Und zwar so, wie es die Grünen und die Union nun offensichtlich tun? Naja, man versucht es. Wir haben einen Heimatminister neben uns. Warum tut man es? Weil man die Wahrnehmung hat, es die AfD oder auch sonstige Rechtspopulisten profitieren. Das sind nicht Leute, die die AfD wählen, weil es ihnen schlecht geht, sondern die Leute vermissen etwas. Ein Teil der Leute hat die Befürchtung, dass so etwas wie Identität verloren geht, wie Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinschaften, die man kennt. Man befürchtet, dass da zu viel eventuell Neues dazukommt. Und dieses Gefühl und diese Sehnsucht versucht man zu bedienen. Das kann man machen. Das ist an und für sich auch unproblematisch, solange es nicht in diese Übertreibung dieser Identität geht. Da ist gleich Simone Peter dran. Frau Peter, wie fühlt sich das für Sie an? Ich mag diese Frage eigentlich nicht, aber klingt es nicht irgendwie nach diesem Deutschland muss Deutschland bleiben und es klingt ein bisschen deutschtümelnd. Was sagt Simone Peter dazu? Wir sehnen uns nach der Heimat. Also ich tue mich schwer mit dem Begriff als politischen Begriff. Ich würde das genauso interpretieren. Da ist ein Gefühl dahinter. Ich sage, Heimat, das kann ich für mich selber interpretieren als jemand, die aus dem Dreiländereck kommt und da ist Europa mit drin. Also ich habe auch Probleme damit, wenn es so interpretiert wird, dass es ausgrenzend, abgrenzend wirkt. Dann ist es überspannt und deswegen sollten wir sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff umgehen. Markus Söder ist Heimatminister. So ist es. Herr Minister, was tut man als Heimatminister, außer regelmäßig einen Trachtenverein zu besuchen? Nein, das ist jetzt zu einfach und das fand ich jetzt auch zwar witzig gemacht, wie Sie die ganzen Bilder gezeigt haben, aber da wird es ja ein Teil von Leuten geben, die sich das ein bisschen gestört fühlen. Es ist doch so, dass der Begriff Heimat hat etwas zu tun mit Verankerung, aber mit Identität und in einer globalen Welt, in der irgendwie alles gleich scheint, auch unübersichtlich, gibt es ein Schützwort, ich wollte das Wort Geborgenheit. Und da können auch Gewohnheiten dazu, da können Traditionen dazu. Das ist nie abgrenzend gegenüber jemandem anders, sondern man kann doch zu dem, was man hat und was man auch gut findet und was man erlebt hat, kann man doch auch stehen. Und man möchte es ja auch manchmal seinen Kindern weitergeben, in einer ähnlichen Struktur aufzuwachsen. Ein Heimatminister bei uns in Bayern, der ist jetzt nicht nur für Brauchtum zuständig, der sorgt zum Beispiel dafür, was für Deutschland wichtig wäre, Landkreise und ländliche Regionen, die ein bisschen abgehängt werden, zu unterstützen. Beispielsweise das Breitband, der hat es vorhin angesprochen, Lambsdorff, wir geben 1,5 Milliarden nur aus für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum, um da einen Anschluss zu schaffen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu haben. Also ich glaube, das ist so eine Mischung und deswegen, glaube ich, ist das Thema auch für eine künftige Bundesregierung spannend. Vielleicht nur ein Satz dazu, man soll die Menschen auch nicht ständig überfordern und das trifft jetzt nicht die Grünen, die haben sich sogar überraschend spannend verhalten. Ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt Debatten aufkommen, wir müssen muslimische Feiertage einführen, das überfordert ein bisschen. Ich glaube, sowas ist jetzt nicht der richtige Beitrag. Das ist schon, wie Herr de Maizière. Herr Özdemir hat sogar gesagt, er will sie nicht. Er will sie auch nicht. Der regional ist es ja möglich, sich freizunehmen an diesen Tagen mit. Das ist ja eine christliche Feiertage. Ulf von Beust kriegt die nächste Frage. Wenn Markus Spahn sagt, dass sich in dieser Sehnsucht nach... Jens, Jens. Markus Söder, Jens Spahn. Pardon. Von Oda, von den Beust. Jens Spahn sowieso. Danke fürs Helfen. Wenn Jens Spahn sagt, in dieser Sehnsucht nach Heimat drückt sich der Wunsch nach Sicherheit, Ordnung und da ist die Geborgenheit aus. Dann wird es grenzwertig. Heimat, also das, wo es ordentlich ist? Oder was verstehen Sie darunter? Zu einem ist die Diskussion nicht neu. Ich erinnere, Bundestagswahlkampf 72, Willy Brandt hat plakatiert, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Das war Heimat und Stolz und Vaterlandsliebe. Hat keiner Mensch damals aufgeschrien. Und heute kräht man rum, wenn solche Begriffe fallen. Entschuldigung, die haben nicht gekräht, aber erpürt man sich, wenn solche Begriffe fallen. Und ich finde, Angeborgenheit, an Sicherheit ist nichts gegen einzuwenden. Es darf nicht abgrenzend gegen andere sein, mit dem Gefühl, ich bin besser als die anderen. Das nicht. Aber zu sagen, ich liebe meine Heimat und bin auch stolz auf mein Land oder meine Stadt, bin ich völlig in Ordnung. Genauso wie der Franzose doch stolz auf Frankreich der Begriff ist doch auch so, wir freuen uns doch, wenn Deutschland im Fußball gewinnt, oder? Ich kann doch ganz so auf meine Heimat liegen. Frau Peter, freuen Sie sich nicht, wenn Deutschland im Fußball gewinnt, oder? Ich freue mich, wenn Deutschland im Fußball gewinnt, aber die Abgrenzung, die wir meinen heute von, es nehmen aber Parteien heute Abgrenzung vor. Okay, wir haben doch eine Wege am Tisch. Aber in Begriff ist alles vor weniger. Wieso, wir haben über ein bundesweites Heimatministerium diskutiert. Ist das ernst gemeint oder schaut man irgendwie nach weiteren Jobs für die CSU? Es gibt ja viele Vorschläge. Integrationsministerium, Digitalministerium und Heimatministerium hat auch was damit zu tun. Der kleine Hinweis sei noch erlaubt, dass ja in der Tat in Bayern der Heimatminister der Finanzminister ist. Und die Geborgenheit schafft Herr Söder auch mit Checks, die er dann durch die Landkreise trägt. Der Manifestruktur. Vielleicht nutzen sie ihn auch irgendwann. Der Manifest. Mal sehen. Aber in der Tat könnte man natürlich darüber nachdenken. Ich glaube, dass dieser Begriff ländliche Räume, dass das noch eine Rolle spielen wird. Das hört man jetzt schon raus. Das, glaube ich, finden verschiedene auch sehr interessant. Also eine Förderung auch von Regionen, die ein bisschen abgehängt sind, die gefördert werden müssen. Und ich glaube, da wird was passieren. Da kommen wir zusammen. Die Frage an den Liberalen. Und das ist auch spannend. Glauben Sie denn, Graf Lambsdorff, dass Sie haben ja nicht einen, ich sage mal, wenig auf die deutschen Traditionen setzenden Wahlkampf gemacht. Wie sehr denkt eigentlich die FDP, dass man mit Deutschland und mit der Heimat politisch punkten kann? Also ich glaube, diese ganze Diskussion ist eine Reaktion auf die Verunsicherung, die Sie gerade von München angesprochen haben. Also als Liberaler, wir haben es ja in den Bildern gesehen, wie viele unterschiedliche Menschen in Deutschland ihre Heimat für sich selber definieren. Für mich geht es genau wie Ihnen. Für mich ist auch Europa meine Heimat. Das Rheinland, Deutschland, das ist alles meine Heimat. Aber dass wir diese Diskussion jetzt führen, das hat was mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ein Wandel geht zu weit und kommt zu schnell und zu plötzlich und man hat das Gefühl, die Dinge ändern sich unkontrolliert und dann fühlt man sich unsicher, dann ist die Geborgenheit weg und dann gibt es eine Gegenreaktion und plötzlich kommt ein Heimatbegriff, auf den ich eigentlich politisch für sehr missbrauchsanfällig halte, wenn man ihn zu stark ausgrenzend macht. Wenn wir uns darauf einigen können, dass unsere Heimat eine ist, die sich wandeln kann, aber dass wir diesen Wandel gestalten und kontrollieren, dann habe ich mit dem Heimatbegriff auch im politischen Raum gar keine Probleme. Dann sind wir wieder bei Frau Münch und sagen, verbirgt sich dahinter eigentlich die Ratlosigkeit der Politik, wie man in diesen unsicheren Zeiten den Wählern Sicherheit und Ordnung noch versprechen kann? Ich würde es positiv wenden. Ich würde sagen, man hat erkannt, dass da anscheinend die Leute was umtreibt und dass manche Leute das Gefühl haben oder ein relativ großer Teil der Bevölkerung, dass diese ganzen Projekte, Digitalisierung, Globalisierung, Europäisierung, die Wahrnehmung ist, das kommt nur bei einem Teil an, bei den oberen Schichten, es kommt nicht bei uns an. Und wir haben vorher auch immer nur von der Mittelschicht gesprochen, man muss ja auch mal von der Unterschicht sprechen, die das Gefühl haben, dass es nicht bei Ihnen ankommt. Und aus dem Grund habe ich den Eindruck, diese Wahl, diese Bundestagswahl hat ja auch schon der Wahlkampf vielleicht ein bisschen spät draufgebracht. Hoppla, da wird etwas, was wir alles Gutes tun, aber es wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass es für alle anscheinend was Gutes sein könnte. Und jetzt diese Suche und dieses Besetzen dieses Heimatbegriffs und diese Wahrnehmung, da fühlen sich Menschen im Grunde in ihrer Identität. Ja, sie haben das Gefühl, sie geht ihnen verloren. Das ist die Reaktion drauf. Selten genug der Fall. In unseren Sendungen hier sitzen vier Politiker, na, sagen wir dreieinhalb. Und wir müssen und wollen noch horchen, ob sie glauben, dass es eine Jamaika-Koalition geben wird, Herr Süder. Hand aufs Herz. Hm, ja. Was? Also, sagen wir so, das kann man heute nicht sagen. Nichts, das ist die Frage, ob aus den Anfangsgesprächen was wird. Am Ende zählen die Inhalte, die müssen belastbar sein. Ich glaube aber, dass jeder weiß, dass es um Verantwortung geht. Es gibt Verantwortung und es geht um Vernunft. Beide Dinge müssen zusammenkommen. Also ein J und ein A, wenn auch etwas zögerlich. Ole von Beuys? In Hamburg würde man sagen, hilft ja nichts. Wir sind alternativlos, um die Kanzlerin schon wieder zu zitieren. Nein, das hilft ja nichts, weil keiner Neuwahlen aus gutem Grunde will. Und darum gehe ich davon aus, dass eine kommen wird. Ob die nachher Bestand hat und durch, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, die wird kommen, weil Neuwahlen alle zurechtscheuen wie der berühmte Treufe das Weihwasser. Frau Peter, wird Jamaika gelingen? Also wir fangen morgen mit den Sondierungen an. Gut, dass ich nochmal sage. Genau. Wir reden schon, ob das wochenlang der Fall wäre, war noch nicht. Dann werden wir es ausloten. Wir nehmen diese Verantwortung auch sehr ernst, aber es muss eben inhaltlich passen, dass wir wirklich was voranbringen für das gesamte Land. Alexander Graf Lambsdorff, 50-50 oder 70-30? Es ist 50-50. Es ist ergebnisoffen für uns als Freie Demokraten. Es ist ganz klar eine ergebnisoffene Sondierung. Wir sind am Anfang und tasten uns ab. Der Wähler hat uns einen sehr schwierigen Auftrag gegeben. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, aber sicher ist nichts. Und eines will ich ja auch deutlich sagen, es darf da auch keinen Zeitdruck geben. Es ist nicht so wichtig, ob am 17. Dezember irgendein Leitartikler sagt, Mensch, die sind aber ein bisschen langsam. Entscheidend ist, wenn das Ganze klappen soll, dass wir 2021 auf eine Legislaturperiode gucken können mit einer guten Regierung und mit wichtigen Projekten für unser Land. Bettina Schausten, was denken Sie, wie viele Wochen und Monate Sie von diesen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen berichten werden? Viele, viele, viele Wochen. Ich glaube, der Ehrgeiz ist schon da, bis Weihnachten durchzukommen, nach allem, was ich höre. Ob es dann gelingt, ist in der Tat in der Luft. Man kann, hängt in der Luft. Man muss nur sagen, mit jedem weiteren Bild, wo fröhlich vom Balkon gewunken wird, steigt der Erwartungsdruck auch in der Bevölkerung. Die fragen sich dann Weihnachten vielleicht auch, warum kommen die nicht zurande? Also von daher, glaube ich, ist Weihnachten schon eine wichtige Zielmarke. Danke Ihnen allen sehr für diese Runde. Wieder mit dem Blick in die Schneekugel. Ich gebe sofort und in glühende Eile zu Markus Lanz, der heute unter anderem Michael Sprengen zu Gast hat. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, um 22.15 Uhr am nächsten Donnerstag wieder. Bleiben Sie heiter irgendwie. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Merci bien. Danke schön. 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 Danke schön.